Fahrt im Mucke-Mobil zum Auftritt im Montessori-Kinderhaus. Aufbau. Also Stefan kennt ihr ja noch, oder? Einige. Das ist Stefan. Und das hier ist Florian. Und das hier ist Florian. So, gut. Ah, der Stefan schläft. Aber da können wir ein Lied singen, um ihn wach zu kriegen. Eingeschlafen ist er jetzt, ne? Das ist so typisch. Hat er gestern auch gemacht. Wollte Stefan mal aufwecken? Ja. Was können wir denn tun? Was können wir denn singen? Bruder Jakob. Bruder Jakob mit Hallo Stefan, ne? Wollen wir das mal machen? Ja. Okay, alle zusammen. Hallo Stefan, Hallo Stefan. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, gang, doof! Ding, gang, doof! So! Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Alle meine Entchen mal etwas anders. Alle meine Entchen, alle meine Entchen, alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Dröckchen in das Wasser, Ströckchen in die Höhe. Alle meine Entchen, alle meine Entchen, alle meine Entchen. Meine Oma fährt im Hühnerstein-Motora, Motora, Motora, Motora. Meine Oma fährt im Hühnerstein-Motora, meine Oma ist ne ganz verdimmte Frau. Ja, 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 was macht die Oma noch so? Also jetzt, habt ihr da so Ideen? Das haben wir doch schon hier gesungen. Wer hat denn ne Strophe für die Oma? Ich! Julius, was denn? Meine Oma ist ein Brot mit Steinen drin. Meine Oma ist ein Brot mit Steinen drin. Wer unser Dino-Song lebte hier auf der Erde vor 170? Die Dino! Okay. Und wer kann mir ein Dino nennen? Wer kennt Dino? Okay. Oh, ein Velociraptor, dein Lieblings-Dino, richtig? Ja. T-Rex. Rachiosaurus. Rachiosaurus. Was haben wir da? Na, dann wisst ihr ja, was wir jetzt singen. Und ihr wisst ja, singe vor und ihr singt nach. Genau. Es war einmal vor langer Zeit. Es war einmal vor langer Zeit. Da machten sich die Dinos breit. Da machten sich die Dinos breit. 170 Millionen Jahre lang. 170 Millionen Jahre lang. Da führten sie das Leben an. Da führten sie das Leben an. Der Brontosaurus gar nicht klein. Der Brontosaurus gar nicht klein. Der schaufelte sich Pflanzenräum. Der schaufelte sich Pflanzenrein. Der T-Rex zeigt ihm Zähne schon. Der T-Rex zeigt ihm Zähne schon. Er zwinkt dich gleich in deinen Po. Er zwinkt dich gleich in deinen Po. Und die Dinos, die Dinos, die Dinos, die Dinos. So klein und auch so groß. Bei denen war was los. Jetzt kommt ja, jetzt hat er eine Geige geholt. Das hat er eine Geige geholt. Eine Geige? Keine Geige? Tschüss, das ist eine Geige. Was ist das? Das ist ein Kontrabass. Kontrabass. Das ist ein Kontrabass. Habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Okay, dann singen wir das doch mal, oder? Seid ihr bereit? Zählt mal bis vier. Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei, ja, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ich glaube, das ist genug, oder? Ich packe ihn mal weg. Nein? Einen noch? Nein. Ich habe so gehofft, dass sie nicht U sagen würden. Da sieht man immer so doof aus. Du bist schon gerade gelb im Gesicht. Und das Zitronengelbgesicht. Leider nicht. Denn ich bin sauer, 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 sauer. So richtig sauer, 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 sauer. Die Mama sagt, das muss nicht sein, doch ich weiß es viel genauer. Ich bin sauer, 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 sauer. Und dann gehe ich ins Kinderhaus, zeige mein Zitronengelbgesicht. Das waren einige, aber nicht alle Lieder von unserer MuckeTV-Tour. Die Mama sagt, das muss nicht sein, doch ich weiß es viel genauer. Die Mama sagt, das muss nicht sein, doch ich weiß es viel genauer. Die Mama sagt, das muss nicht sein, doch ich weiß es viel genauer.